Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Thief. Unser nächstes Ziel ist, wie ich im letzten Part schon angemerkt habe, auf das Schiff zu kommen. Da gibt es jetzt mit Sicherheit auch mehrere Wege. Ich hätte wahrscheinlich auch hier hochgehen können, aber... Okay, wenn ihr möchtet, könnt ihr da unten ja mitlesen, was die quatschen. Ansonsten bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher. Ah, ich bin auf dem Schiff drauf. Ah, ich verstehe. Also das, was die jetzt Schiff nennen, natürlich. Verstehe. Gut. Dann haben wir es tatsächlich auf das Schiff drauf geschafft. Dämmer irgendwas. Okay, jetzt muss ich versuchen, durch die Tür zu kommen, ohne dass mich einer sieht. Aber ich glaube, hier draußen patrouilliert sowieso keiner. Da drinnen scheint es auch ruhig zu sein. Sehr gut, dann gehen wir rein. Aber bitte die Tür wieder zumachen, sonst merken die noch. Okay, jetzt konntet ihr da unten lesen, wo wir gerade sind. Ich konnte es jetzt gerade nicht. Kann ich hier irgendwas... Achso, da! Okay. Das hier scheint so eine Art Frachtaufzug zu sein. Okay, okay. Ich werde aber mal dann wahrscheinlich hier entlängs gehen. Entlängs? Entlang? Längs? Egal. Immer diese komischen Zeichen hier überall. Kann ich mich jetzt fallen lassen, oder? Ne, ich muss hier hoch, ne? Oh, das wäre knapp. Jetzt hätte ich mich bei einer fallen lassen. Ey, pssst, pssst! Zurück! Und jetzt abseilen, ne? Nach unten, mein Freund. Nach unten, nach unten. Geht's nicht weiter? Okay, dann versuchen wir es mal... tot! Oh, Mann! Scheiße! Ja, natürlich laden, Mann! Ja, gut. Komm, passt. Das war jetzt die schlauste Aktion, die ich seit langem gebracht habe. Tür zu, bitte. Danke. Könnte ich eigentlich auch hier an dem Seil hoch? Wahrscheinlich, ne? Ne, 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 das ist zu hoch. Ich glaube, das ist zu hoch. Ist egal. Wir schaffen das. Wenn ich wenigstens mich in dieser Sicht ein bisschen umsehen könnte, dann könnte ich gucken, wie es weitergeht. Aber nein. Ah, bingo! Hier ging's weiter. Haha! Schön, dass der, ähm... Dass Garrett eher sieht, was weitergeht als ich. Und hier muss ich mich jetzt, glaube ich, abseilen, ne? Oder? Nein? Nein? Ist egal? Gut, ist egal. Zack. Oh, er speichert. Das ist sehr schön. So. Das Gewitter gibt dem Ganzen natürlich noch so eine schöne, creepy Atmosphäre. Guck mal hier. Ah, da läuft jemand Patrouille. Aber ich glaube, ich muss hier rein, ne? Oder? Ich guck mal, ob's hier noch einen anderen Weg gibt. Muss es hier eigentlich. Habt ihr hier keine Wertsachen irgendwo rumliegen? Was ist das denn für ein armes Volk hier, ey? Schnell speichern, bevor ich hier reingehe, weil ich glaube, es sieht ziemlich hell aus. Ah, da unten ist... Ne, ne, doch nicht. Guck mal hier drüber, mein Freund. Autsch. Ah, siehste mal! Ach nee, das ist nur... Schade. Ich dachte, das wär was Wertvolles so mitnehmen, Mann. Okay, also musste ich doch nicht durch die Tür. Sehr schön. Einmal kurz hier verstecken und verpeichern. Entschuldigung. Entschuldigung. So, oh. Sch-sch-sch-sch-sch. Das... Ich habe nicht drauf geachtet, wo der Kerl war. Ich hoffe, hier ist jetzt kein anderer. Erstmal fallen lassen und Licht aus. Alles nur Einbildung. Richtig, alles nur Einbildung, mein Freund. Kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik. Aha, hier hat jemand eine Geldbörse verloren. Und da ist der nächste Weg. Ich werde einmal kurz schnell speichern. Das war jetzt gerade... Hallo? Schnell speichern, bitte. Nein? Geht nicht? Gut, dann nicht. Das tut mir jetzt aber gar nicht leid. Okay, gibt's hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Irgendwas, was sie hier nicht mehr braucht? Nein? Gut, dann gehe ich jetzt hier weiter. Einmal aufschrauben, bitte, Garrett. Danke dir. Und... Zack. Eine neue Karte. Einmal neues Mohn. Mein Inventar ist voll, das freut mich. Ich habe irgendwie Angst, dass dieses Ding sinken könnte. Weil... Seit dem neuesten Teil können wir ja nicht mehr schwimmen. Was irgendwie nicht ganz so förderlich ist. Ich persönlich auch total dämlich finde... Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich komme hier gar nicht weiter? Warum zum Henker bin ich denn jetzt hier durchgegangen? Nur für die... Mann! Mann! Ich dachte, es geht hier weiter, Mann! Ja gut! Dann offensichtlich nicht. Würdest du dich bitte ein bisschen beeilen? Danke! So! Heißt, ich muss doch da hoch irgendwie, ne? Au! Ist nur die Frage, wie? Kein... Oh, oh! Das sah nicht so gesund aus. Oh, hallo! Nein, hier komme ich nicht hoch. Da komme ich auch nicht hoch. Hier komme ich hoch. Zack. Hey! Geh doch mal da runter, Mann! Kann mir mal einer erklären, warum der da jetzt nicht runterspringt? Ich kann das Spiel momentan nicht speichern. Warum kann ich das Spiel nicht speichern? Will der mich jetzt verarschen? Ja, gut. Also das Ganze einfach noch einmal. Ich würde auch sagen, ich lasse die Beutestücke da unten erstmal, wo sie sind. Weil ich sie auch schlichtweg einfach gar nicht brauche im Moment. So ein bisschen wie mit den Boone bei Harry Potter, die ich auch nicht brauchte. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! Das war wieder ein schönes Beispiel für, so macht man's nicht. Oh nein, der ist ja immer noch da. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Ich kann da nicht hoch. Okay, mein Freund, ist für den Fall, dass du mir hierhin folgen solltest. Ups. Gute Nacht. Puff. Na, jetzt kann ich zumindest seine Beute mitnehmen. Das ist doch auch schon mal die schlechte. Oh, fuck. Da ist der Nächste. Ich mich auch. Oh, fuck. Lauf doch nicht so viel durch die Gegend. Okay, dich sieht hier wohl so kalt. Oh, doch, dich sieht man. Okay, das hat sich erledigt. Vergessen wir das. So komme ich, ich komme aus dieser Misere einfach nicht mehr raus. Deshalb. Der mit seiner dämlichen Lampe hier, das geht mir auf den Piss. Es wird spät. Okay. So. Oh. Shit, da oben steht auch einer rum. Ich weiß nicht, wenn ich hier stehen bleibe, sieht er mich mit Sicherheit. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich sehen würde, oder? Das hat tatsächlich funktioniert. Ist ja Wahnsinn. Hätte ich jetzt im Leben nicht mit gerechnet. Okay, ich hoffe einfach mal, dass hier keiner runterkommt. Bin ich den Typen mit der... Hauptsache, die Lampe steht einfach wie eine Eins. Der da oben hat es nicht gesehen. Das freut mich sehr. Hier steht auch noch mal so eine scheidende Lampe. Ähm, da oben wäre es schön, wenn es da dunkel wäre. Einmal schnell speichern. Jetzt kann ich auch speichern. Ich glaube, wenn die mich irgendwie... Ähm, wenn ich unter Verdacht stehe oder so, kann ich mich schnell speichern. Zack. Ach, überall rennen Wachen rum. Ist ja schrecklich. Okay, wo komme ich hier hin? Das ist wahrscheinlich auch wieder nur so ein Raum, wo ich, äh... Oh, nee. Ich glaube aber, ich laufe gerade in die falsche Richtung, oder? Nein, ist richtig. Cool. Okay, dann muss ich mal kurz gucken, wann der... Genau, jetzt ist der da drüben. Ich gucke mal, ob es klappt. So. Das erinnert mich ein kleines bisschen an mein Glockentum. Aber nur ein kleines bisschen. So, mein Freund. Du siehst mich natürlich nicht. Bens. Ja, ja. Wir haben die im letzten Part so schön gesagt. Der Mann in schwarz. Nein. Ach, was machst du denn? Mach die Tür wieder zu. Hier kommt der Mann in schwarz. Okay. Gut. Weiter in diese Richtung. Ja, da oben geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Da komme ich weiter, richtig? Ja. Cool. Ich will das. Einmal aufschrauben. Oh. Sieht aus, als würde ich hier runterrutschen dann. Deshalb einmal schnell speichern, bitte. Danke. Und auf geht die Rutschparty. Ui. Das ist auch gar nicht laut. Neue Karte. Einmal ganz kurz drauf spinxen. Ja gut, das ist jetzt einfach nur, ja, ja, schön. Da muss ich hin. Kriege ich hin, denke ich. Könnte klappen. Hier ist auch schön dunkel. Hier sieht mich keiner. Die da hinten haben sich nicht für mich zu interessieren. Ich hoffe jetzt stark, dass hier oben keiner rumrennt. So. Aber mal schnell speichern. Wir sind einfach ständig am Speichern hier. Da ist noch ein Mohnen-Inventar, ist voll. Gut, einmal hier rein. Und damit kann es jetzt eine Beurte gehen. Hinauf. Und drüber. Arsch. Oh. Oh. Äh. Was zum Hilfe? Ähm. Ich glaube, das war Absicht. Dass ich jetzt hier runtergefahren bin. Und bin ich jetzt bei 15 Minuten oder bei 13 Minuten? Ich habe um 23 Uhr angefangen. Kleinen Moment, ich muss mal kurz rechnen. Das ist bei mir immer so eine Sache. Äh. Atmen, ich glaube, ich bin schon viel länger als... Okay, ich beende einfach an dieser Stelle mal diesen Part und bedanke mich fürs Zuschauen. Nee, ich habe um 28 Uhr angefangen, richtig? Ach, ich weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Kleinen Moment. Okay, der Part ist jetzt 15 Minuten lang. Ich gebe mir einfach mal noch ein paar. Puh, das war knapp. Der hätte mich beinahe gesehen. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Wenn man durchspinkst. Also ich glaube, wenn ich hier nicht rein möchte, muss ich hier auch nicht rein. Gilt, glaube ich, für diese Tür genauso. Glaub an das Fleisch. Glaub an das Feuer. Schreck. Lass nach. Kann ich einfach runterjumpen? Das wäre ja nice. Und ich glaube, das würde ich nicht überleben. Einfach just for fun. Mal versuchen. Hui. Das hat funktioniert. Wahnsinn. Hätte ich nie im Leben mit gerechnet, dass das klappt. Okay. Hey, irgendwo hänge ich fest. Okay. Nichts Besonderes. Kann ich hier hoch. Ja. Jetzt hier hoch. Dann mal hier hoch. Dann falle ich wieder runter. Richtig? Ja. Wahrscheinlich. Okay. Wie komme ich jetzt an den zwei Fraggles da vorbei? Da hinten ist noch einer. Tür. Ich glaube, da käme ich sowieso nicht hoch. Aber die müssen... Die sind bestimmt da drin. Die sind tausendprozentig da drin. Einmal kurz durchgucken. Sieht relativ verlassen aus. Das ist gut. Nein, nicht wieder durchgucken. Dankeschön. Einmal Schloss knacken. Muss ich jetzt aber verdammt gut aufpassen. Dass ich hier nicht laut bin. Okay, sehr schön. Hat geklappt. Keiner hat was gemerkt. Ist schön. Also ist das wahrscheinlich wieder nur so ein Ort, bei dem ich ein bisschen Loot abstauben kann. Und der mich aber gar nicht weiterbringt. Oh Mann, das wäre fies. Oder? Einen kleinen Moment mal kurz. Das sind die ganze Zeit irgendwelche Hintergrundgeräute, die mich total verrückt machen. Einmal schnell speichern. Und dann versuche ich es einfach mal mit hier runterzuspringen. Schnell ausmachen. Das noch mitnehmen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist noch was. Warum auch immer hier überall Spritzen rumliegen. Man weiß es nicht so genau. Oh, hier ist aber verdammt hell. Probieren wir es mal. Huch, das war knapp. Heiliger war das knapp. Huch, so. Licht ist aus. Zumindest größtenteils. Okay, jetzt muss ich nur kurz gucken, wo der Herr rennt. Hier läuft er zurück. Okay, ich hoffe, du bist der Einzige, mein Freund. Ich hoffe wirklich, dass du der Einzige bist. Das sieht wichtig aus, da vorne. Zack. Na, ist nur, nur ohne. Toll. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann auch mal den Part. Es tut mir leid, dass ich den jetzt so oft unterbrochen habe. Und irgendwie bin ich jetzt wieder weiter von meinem Sinn entfernt, als vorher. Aber, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaut unten in die Videobeschreibung. Wie immer. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.